Heute soll es mal um ein spannendes Thema gehen. Wir machen auch mal ein bisschen andere Themen, wie zum Beispiel Ketamin bei Depressionen, denn da gibt es eine interessante Studie, die das mal untersucht hat und für manche Menschen in Zukunft, wenn das Ganze legal sein sollte irgendwann mal, vielleicht sogar eine Möglichkeit ist, eben nicht auf harte Medikamente setzen zu müssen oder bei therapieresistenten Menschen, die auf Medikamente nicht anspringen, eine Alternative darzustellen. Das Ganze ist ja immer mehr im Kommen, dass man sich eben auch dieser Party-Drogen annimmt, MDMA, LSD etc. und das mittlerweile untersucht, wie wirkt das in Therapien und da gibt es ja auch Dokus bei den Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile, die das Ganze begleitet haben und viele Selbstexperimente von anderen YouTubern etc. Es ist natürlich die Sache, dass die Substanzen alle illegal sind, dass man sich die nicht irgendwie auf legalem Wege so beschaffen kann, es sei denn, man ist Tierarzt oder ähnliches und man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man Dinge kauft, irgendwo auf der Straße, ja in Berlin, in einem Park, wisst ihr nicht, was drin ist. Und dazu kommt in dem nächsten Video mal hier ein Beispiel, wo ich euch ein paar Sachen zeige, wie man die Reinheit oder zumindest das, was drin ist, ansatzweise überprüfen kann. Weil in Deutschland ist Drug-Checking eben auch noch nicht erlaubt, das soll ja jetzt auch kommen. Heute aber deshalb erstmal mal so ein paar spannende Geschichten zum Thema Ketamin. Ich selber habe das auch nicht zu Hause, natürlich, weil es illegal ist, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo ich das herbekomme. Es ist aber auch so, dass in den Niederlanden gibt es Varianten von solchen Geschichten, die in den Niederlanden geduldet werden, legal sind. Auch in Deutschland gibt es Substanzen, die geduldet werden, in Anführungsstrichen, die verboten sind. Man darf sie nicht kaufen, verkaufen. Es ist aber so, dass sie eben dann nicht unter Strafe stehen, wenn man mit solchen alternativen neuen Substanzen dann erwischt wird. Dazu aber in dem nächsten Video noch etwas mehr, weil da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und deshalb erstmal heute nur so eine Grundlage zu Ketamin. Ja, das ist eine Studie hier, die das eben untersucht hat, die Sicherheit und Effektivität eben über vier Wochen, wo man Ketamin als Injektion eben gegeben hat und hat dann geschaut, wie sieht es da aus mit den Depressionen. Wenn man sich das Ganze erstmal anguckt, was ist überhaupt Ketamin? Es ist eben ein Narkosemittel, was man dann eben schon seit den 1960er Jahren nutzt. Man sieht oben, das gibt es eben in flüssiger Form oder wenn man es eben dann entsprechend die Flüssigkeit rausnimmt, extrahiert, gibt es das eben auch als kristalline Form. Es wird angewendet zur Anästhesie. Ich kann damit jemanden bewusstlos machen oder wenn ich jetzt im Krankenhaus liege oder ein Tier habe oder sonstiges, was nichts mitbekommen soll, dann kann man das nutzen, um auch eine Narkose einzuleiten und ähnliche Dinge. Es ist aber auch dissoziativ. Das bedeutet, dass es nicht einfach nur müde macht und einen schläfrig macht oder sonstiges, sondern es ist so, dass man die Umgebung im Endeffekt nicht mehr so wahrnimmt, wie sie ist. Also viele sprechen auch davon, dass man sich von seinem eigenen Körper am Ende löst, dass man eben, ja, dass man entsprechend nicht mehr so die motorischen Fähigkeiten hat und so weiter. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Also es ist nicht nur einfach so, dass es schläfrig macht, sondern es hat auch diese dissoziative Komponente da drin, was man auch immer berücksichtigen sollte. Gerade wenn man das als Partydroge oder sonst was nutzt und läuft dann irgendwie wie so ein Gespenst durch die Gegend, ist das natürlich auch nicht geil. Es wird bei verschiedenen Sachen eingesetzt. Clusterkopfschmerzen. Es ist aber meistens immer auch als Antidepressivum und so weiter. Schwere Asthmaanfälle. Das wird aber dann häufig eben spontan genutzt. Das heißt, wenn so ein Kind jetzt eben so einen krassen Asthmaanfall hat, keine Luft mehr kriegt oder sowas, kann man solche Sachen in Ausnahmesituationen einsetzen, um die Schmerzen eben sehr schnell zu lündern. Wenn man das reinspritzt, dann geht es eben sehr schnell und dann hat man da eine gewisse Entspannung, dass man dann eben von diesen Sachen loskommt. Aber wie gesagt, das ist in Ausnahmefällen der Fall, wenn andere Medikamente oder Maßnahmen dann eben häufig nicht helfen. Wie wirkt Ketamin jetzt bei Depressionen oder gegen Depressionen? Und das ist ja auf diese Studie gemünzt, die ich gerade gezeigt habe. Ich habe einen Artikel auf Science Punch nochmal detaillierter hingeschrieben. Den verlinke ich euch drunter. Könnt ihr euch angucken. Und wie das genau wirkt gegen Depressionen, das ist nicht wirklich geklärt. Zum einen kann man natürlich sagen, klar, in der akuten Situation, ich sage mal, du hast jetzt schlechte Gedanken und nimmst halt irgendwas, ob es jetzt MDMA ist oder eben Ketamin oder was auch immer, hast du natürlich akut, genauso wie bei Alkohol. Alkohol ist auch ein gutes Beispiel. Du hast den Realitätsbezug nicht mehr. Du hast halt dieses Dissoziative. Du hast einen Ausstoß von Serotonin dabei, dass du dich dann eben auf einmal wohlfühlst im Endeffekt. Das ist ja der große Nachteil an Drogen, auch wenn man sich jetzt Fentanyl anguckt oder eben Heroin oder ähnliche Sachen, dass die Leute sich einfach abschießen, weil sie sich in der Situation eben schlecht fühlen und wollen dann auch immer wieder diesen Wohlfühlcharakter am Ende haben. Man vermutet verschiedene Wege, die sich auch bei anderen Drogen dann eben unterscheiden. Es erhöht die Produktion von Glutamat, was eben ein wichtiger Neurotransmitter ist. Es verringert dann die Aktivität von den NMDA-Rezeptoren, die das Ganze eben auch wieder aufnehmen und so weiter. Bei MDMA ist es zum Beispiel dann Serotonin, was dann eben ausgeschüttet wird und die Aufnahme wieder blockiert wird. Also es ist immer nicht nur eine Sache, die zwischen den Nervenzellen dann bewegt wird oder die Aufnahme gehemmt wird, sondern es ist bei verschiedenen Substanzen sind es immer unterschiedliche Einteile. Bei dem einen ist es mehr Dopamin, was ausgeschüttet wird. Wenn man sich jetzt an Koks zum Beispiel orientiert, dann sieht man, dass viele Leute darauf sehr aggressiv werden. Das ist natürlich dann starker Dopaminausstoß. MDMA ist eher so, dass man eben ruhig, geselliger, kuscheliger wird, in Anführungsstrichen fröhlicher wird. Da ist dann Serotoninausstoß eben deutlich höher als dieser Dopaminausstoß, aber alles ist trotzdem irgendwie beteiligt. Also ich stoße nicht nur Serotonin aus und sonst nichts, sondern auch an andere Sachen. Genauso ist es beim Ketamin. Da sind verschiedene Sachen dann involviert. Auch Serotonin und so weiter lässt sich dann wohlfühlen und solche Geschichten. Generell ist es so, dass es das Cortisol dann eben auch verringert. Also Stress mindert sich natürlich dadurch. Klar, weil ich dann natürlich ruhiger werde. Der Puls verringert sich und so weiter und so fort. Glutamat und solche Geschichten haben dann eben auch eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Wie wirksam ist denn jetzt Ketamin bei Depressionen aus dieser Studie jetzt hier? Kann bei schweren Depressionen eben dann sehr wirksam sein? Natürlich akut, ganz klar. Wenn jetzt einer auf einer Brücke steht oder sonst wie Suizidgedanken hat, logisch. Da sollte man sich jetzt nicht einfach Ketamin reinpfeifen, sondern natürlich in erster Linie sich Hilfe suchen. Und dann kann man mit dem Arzt, mit dem Psychotherapeuten in Ausnahmesituationen, da wird zumindest untersucht, dann solche Dinge eben auch anwenden. Und die Legalität ist aber da leider noch nicht gegeben. In den Studien zeigten die Patienten, die mit Ketamin behandelt worden sind, innerhalb von weniger Stunden oder Tagen sogar, eine deutliche Verbesserung der Symptome. Das heißt, das ist schon recht akut. Und bei den meisten Patienten ist es so, dass die Wirkung über längere Zeit sogar anhält. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass entsprechend sich die Nervenbahnen im Gehirn, die dafür so geschaltet waren vorher, dass man eben depressiv war, dass man keine positiven Gedanken mehr hatte, keinen positiven Serotoninausstoß und so weiter. Oder Glutamatsystem war vielleicht irgendwie kaputt. Dann bilden sich dadurch, wenn ich jemanden über längere Zeit mit solchen Sachen behandle, was ja auch bei Psychopharmaka am Ende ähnlich ist, bilden sich natürlich dann neue Rezeptoren, neue Verbindungen im Gehirn. Die dann später, wenn man die Medikamente eben auch wieder rausnimmt, dazu führen, dass der Mensch eben auf andere Gedanken kommt, dass er wieder Wege findet, Serotonin durch andere Dinge auszustoßen, durch Sport, durch Freunde. Solche Sachen gehören dazu. Und es sei immer gesagt, ich kann nicht einfach irgendwie was reinspritzen und dann geht es mir am Ende gut. Das funktioniert nicht, genauso wie bei der Fettweckspritze oder so. Ich kann auch natürlich einfach durch diese Sachen muss ich natürlich neues Lernen gleichzeitig machen. Das heißt, gleichzeitig muss natürlich eine Psychotherapie erfolgen, die herausfindet, woher denn jetzt die negativen Gedanken kommen, wie man sowas in Zukunft verhindern kann, wie kann ich jemanden auf neue Wege bringen. Aber dazu habe ich heute auch ein interessantes Gespräch generell für Coachings auf Discord geführt, wo ich eben auch dargelegt habe, was mein Coaching so besonders macht. Aber das werde ich in einem zukünftigen Video dann eben auch nochmal zeigen. Das ist die entsprechende Grafik dazu. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich eine Versuchsgruppe habe, die Ketamin gespritzt bekommt, dann ist es natürlich so, dass ich einen Effekt im Körper habe. Ich spüre, dass ich kein Placebo bekommen habe, sondern ich fühle ja, dass ich entsprechend entspannter werde, müder werde oder fröhlicher werde, dass ich die dissoziativen Effekte habe, dass ich anfange zu schwanken, all diese Sachen. Jetzt hat man in dieser Studie aber gleichzeitig ein anderes Medikament gegeben, Midazolam, was im Endeffekt auch so sediert. Es macht eben auch so ein bisschen Anästhesie, aber es hat halt nicht diesen Effekt, den Ketamin hat auf die Transmitter und so weiter und so fort. Es ist ein anderer Effekt, der dich einfach nur müde macht, einfach nur sediert quasi. Aber die positiven Effekte, die jetzt Ketamin dahingehend hat, die hat das eben nicht. Das heißt, beide Gruppen haben gemerkt, da passiert was, aber nur die eine Gruppe hatte dann eben Ketamin. Und da sieht man, dass schon relativ schnell, selbst mit dem Placebo am Anfang hier oben, dass da sich Besserungen einstellen. Das kann man natürlich auch darauf zurückführen, dass dann eben auch Placebo-Effekte mit dabei sind. Das bedeutet, die Menschen merken natürlich dann auch, es wird sich um sie gekümmert, sie hatten irgendeinen Effekt. Und dadurch ist es natürlich so, dass sie sich dadurch eventuell schon wohler fühlen insgesamt, dass sie betreut werden und so weiter. Jetzt ist es aber so, wenn man die Ketamindosis flexibel anpasst oder die Dosierungen der beiden, weil man natürlich auch gucken muss, wie groß und schwer ist der Mensch, das ist ganz klar. Hier wurde das dann mit 0,5 Milligramm Ketamin pro Kilogramm Körpergewicht gemacht. Aber man hat die Dosierungen dann hier unten flexibel gestaltet und hat diese eben auch mal erhöht. Oder in der jeweiligen Situation kann man es auch unterschiedlich anpassen, je nachdem, wie schlecht du dich am Ende fühlst. Und da hat man hier unten gesehen, dass Ketamin tatsächlich dann eben einen Vorteil hat gegenüber dem Placebo und dass dann eben, in Anführungsstrichen, die negativen Gedanken mit der Zeit auch über 29 Tage hier deutlich gesunken sind. Das heißt, wenn man sowas therapiebegleitend dann eben auch macht, über längere Zeit solche Dinge einsetzt, dann kann es eben Vorteile haben. Vorteil von Ketamin ist eben, dass es nicht so stark abhängig macht, wie eben manche Psychopharmaka, die man sich reinschmeißt. Da wissen viele, dass es da eben auch starke Nebenwirkungen geben kann. Egal, ob es jetzt Muskelkrämpfe sind oder ob man sonst wie irgendwie schlappmüde ist. Die einen sind völlig aufgedreht, ist sehr individuell, was du da eben bekommst. Ketamin ist da eben eine wirklich schonende Variante, in Anführungsstrichen. Welche Nebenwirkungen kann Ketamin denn jetzt generell haben? Also jetzt, bevor alle losrennen in den Berliner Park und sich Ketamin holen oder Sonstiges. Die häufigsten Nebenwirkungen sind eben Übelkeit und Erbrechen, was häufig dann auftritt, wenn es natürlich dann auch gespritzt wird, weil der Anstieg dann eben extrem schnell ist. Oder wenn man eben so viel auch oral aufnimmt, dass eben der Magen dann so viele Fremdstoffe auf einmal drin hat, so viel Chemie auf einmal drin hat, dass er sich sagt, doch lieber mal eben auskotzen, weil das jetzt einfach zu viel war. Man hat Schwindel dabei. Der Schwindel ist ähnlich wie bei Alkohol, würde ich sagen. Du schwankst da so ein bisschen rum. Und es ist so, dass du aber kein Übel hast in dem Sinne. Also dir ist nicht schlecht. Dir ist nicht schlecht wie bei Alkohol, wenn du durch die Gegend schwankst und selbst wenn du liegst und so, dreht sich alles noch weiter. So ist es nicht. Du schwankst zwar, du kannst aber trotzdem noch gerade laufen. Du läufst nicht gegen eine Laterne oder Sonstiges, fällst nicht um. Aber du hast auch diesen Schwindel nicht dabei, diesen Ekelschwindel nicht dabei, dass dir davon schlecht wird. Das ist dann im Gegensatz zu Alkohol schon mal ein Unterschied. Halluzinationen können auftreten. Klar kommt auch auf die Dosierung an. Auch Träume können intensiver sein. Das war hier bei 10 bis 30 Prozent der Menschen eben der Fall. Verwirrtheit. Ganz klar dissoziativ. Das heißt, du kannst so, wenn du jetzt Fernsehen guckst dabei oder so, kannst du jetzt nicht wirklich mehr folgen, was da jetzt eigentlich Sache ist. Du vergisst Dinge eben auch relativ zügig. Wenn dir einer was vor einer Minute erklärt hat, kommst du da vielleicht nicht mehr hinterher. Also du hängst da einfach irgendwo rum, entweder draußen in der Sonne oder auf deinem Sofa und lässt die Sachen einfach auf dich wirken und fertig. Aber was genau das jetzt um dich herum passiert und so weiter, das ist dann doch schon schwierig einzuschätzen. Angstzustände können natürlich auch entstehen. Hier sei eben auch immer ganz klar gesagt, deshalb immer mit entsprechender Begleitung. Weil natürlich auch diese Zustände, die man dann vielleicht hat, dieses Schwindel, vielleicht dann die Übelkeit dabei oder so. Das kann natürlich dazu führen, dass man sich unwohl fühlt und dass man dann eben Angst bekommt. Gerade weil man nicht einschätzen kann oder vorher nicht aufgeklärt wurde, was passiert jetzt eigentlich in deinem Körper. Ist natürlich ganz klar. Wenn du jetzt auch Alkohol das erste Mal vielleicht trinkst und dann völlig neben der Spur bist, ist es natürlich auch so, dass du Angstzustände bekommen kannst. Du rauchst das erste Mal, kriegst auf einmal keine Luft mehr und solche Sachen. Wenn solche Dinge dann eben vorher nicht vorher aufgeklärt worden sind. Vor allen Dingen, wenn man wirklich so doof ist und sich gerade das erste Mal irgendwie eine normale oder hohe Dosis reinpfeift von irgendwelchen Sachen. Bei LSD sieht man es dann auch gerne mal. Da gibt es ja die legalen Derivate, die man in Deutschland so kaufen kann im Internet. Und dann hauen die Leute sich dann so eine ganze Pappe rein und kommen dann auf einmal mit der Welt nicht mehr klar, weil sie überhaupt nicht wissen, wie reagiert mein Körper darauf überhaupt? Was passiert da überhaupt? Anstatt dann wirklich am Anfang vielleicht mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht beim ersten Mal einen Zehntel oder so. Beim Alkohol auch. Sollte ich anstatt einer ganzen Flasche Wodka, wenn ich das erste Mal Wodka trinke, sollte ich vielleicht nur so ein halbes Pinnchen erstmal nehmen und gucken, was passiert so in ein, zwei Stunden. Aber die Doofheit der Menschen kann man eben leider nicht ausschalten in vielen Geschichten. Der Blutdruck, der Puls kann sich erhöhen. Also das ist natürlich auch vom Umfeld abhängig davon, wie ich damit umgehe. Von der Dosierung natürlich, wenn ich mich damit vollknalle. Natürlich ist der Körper dann irgendwie voll auf Draht, weil eben auch Serotonin etc. ausgeschüttet wird, Dopamin. Es kann aber auch sein, dass ich eben müde werde davon. Und da, klar ist ein Anästhetikum, natürlich kann ich davon dann eben auch müde werden. Kommt halt immer darauf an, Dosierung, welches Umfeld, wie reagiere ich persönlich darauf und so weiter und so fort. Wie sind die Glutamat- und sonstigen Gehirnzellen insgesamt so gegeben bei mir persönlich. Der eine wird halt schneller müde, der wird vom Alkohol müde. Der andere wird vom Alkohol aggressiv. Und der andere könnte die ganze Welt umarmen. Jeder reagiert auf jeden Stoff völlig unterschiedlich. Und deshalb hier ganz klar eben auch solche Möglichkeiten drin. Es steht aber auch in der Studie, die Nebenwirkungen sind in der Regel milde und verschwinden von selbst wieder. Gerade bei Ketamin. Wenn man jetzt das reine Ketamin nehmen würde, dann ist es so, dass es auch relativ zügig aus dem Körper wieder raus ist. Ist Ketamin sicher, dann keine Wirkung ohne Nebenwirkungen, muss man ganz klar sagen. Ketamin ist relativ sicher als Arzneimittel. Da muss man natürlich ganz klar sagen, solche Sachen wie Alkohol rauchen, die würden wahrscheinlich noch höheren Schaden verursachen. Auch härtere Drogen, was weiß ich, Heroin etc. würde ich im Leben eben nicht anfassen. Es gibt aber einige potenzielle Risiken, weil das Ganze natürlich am Ende auch über die Leber und die Niere wieder abgebaut wird. Und jetzt kann ich mir vorstellen, genauso wie beim Alkohol, klar kann ich ein Glas Wein am Abend trinken, kommt meine Leber ohne Probleme mit klar, kann die Leber abbauen. Wenn ich jetzt aber jeden Tag eine Flasche Wodka trinke, dann sagt die Leber sich irgendwann, das schaffe ich irgendwie gar nicht mehr. Ja, ist genauso wie wenn ihr mit eurem Auto fahrt und ihr habt kein Öl mehr irgendwo im Auto drin, also im Motor drin, da wird nicht mehr geschmiert und sonstiges. Ihr tretet aber voll rein, zack, dann habt ihr den Motor schnell kaputt, Zylinderkopfdichtung oder sonstiges. Und genauso ist es beim Körper auch. Die Dosis macht in vielen Fällen das Gift, genauso wie es bei allen anderen mechanischen Sachen so ist, die man so kennt. Deshalb können natürlich auch Nierenschäden entstehen, gerade wenn man eben hohe Dosierungen über längere Zeit fährt, ganz klar. Leberschäden natürlich auch, Herzprobleme, klar, wenn man dann die ganze Zeit eben diesen hohen Stressfaktor, Puls, Blutdruck hat. Gerade wenn man hohen Blutdruck hat, schon eine Erkrankung hat, ist es ziemlich dämlich, sich dann noch Drogen oder Alkohol oder sonstiges reinzupfeifen. Weil man dann schon einen Körper hat, der kaputt ist, dann habe ich eben schon einen Motor, wo die Zylinder irgendwie alle schon kaputt sind, wo kein Öl mehr drin ist. Und dann trete ich aber voll rein in meinen Motor und dann geht er natürlich schneller kaputt. Psychosen, da sollte man eben auch aufpassen, dass man, wie gesagt, auch bei Überdosierungen mit den Angstzuständen, man muss dafür bereit sein, man muss damit klarkommen. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie spezielle psychische Probleme habe, dann sollte ich solche Sachen nicht in Verbindung mit dem Arzt natürlich anwenden. Kein Mischkonsum, auf keinen Fall. Egal, ob es Ketamin ist, ob sich Leute dann eben andere Drogen, MDMA oder sonst was reinpfeifen. Mischkonsum ist das Dämlichste, was man machen kann, gerade wenn der Mischkonsum aus gleichen Substanzen besteht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Ketamin nehme, Benzos nehme gleichzeitig und dann vielleicht noch Alkohol trinke, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich doch irgendwann umkippe, weil eben diese Substanzen alle auf ähnliche, nicht auf ähnliche, aber in gleichen Hirnregionen wirken. Und wenn der Alkohol schon müde macht, ich habe noch Benzos da drauf, haue dann noch Ketamin da drauf, da kann es schon mal sehr schnell passieren, dass die Atemmuskulatur eben zum Beispiel schlapp macht, ja, und ich dann eben daran sterbe, dass ich keine Luft mehr bekomme. Bei Ketamin ist es normalerweise so, dass eben zwar die Muskulatur sich entspannt, alles entspannt, aber die Atemmuskulatur selbst, die funktioniert dann noch. Wenn ich aber gleichzeitig eben noch andere Medikamente drauf haue, dann ist es so, dann kann es mal ganz schnell mit der Atmung zu Ende sein. Und das will natürlich keiner. Vorsicht natürlich auch bei Erkrankungen, ja, zum Beispiel Bluthochdruck, Schilddrüse, Medikamente, Opioide, wie ich gerade sagte, wenn ich Psychopharmaka gleichzeitig nehme, die eben auch bestimmte Rezeptoren angreifen, blockieren oder Serotonin ausschütten oder was auch immer die unterschiedlichen dann machen, kann es eben dazu führen, dass dann Probleme entstehen. Kennt man bei Psychopharmaka zum Beispiel Antidepressiva. Wenn man gleichzeitig zu Antidepressiva dann noch auf die Idee kommt, auf einer Party sich eine Pille zu schmeißen, MDMA zu nehmen oder Sonstiges oder dann eben sogar ganz einfache Dinge wie 5-HTP irgendwie sich noch reinknallt, kann es zum Serotonin-Syndrom kommen, dann liegst du eben auch mal ganz schnell auf dem Boden mit Herzrasen und dann bringt dir eigentlich nicht mehr viel was, außer du legst dich irgendwo in den Eisbad oder lässt dich vom Krankenwagen abholen. Das heißt, Mischkonsum, Erkrankungen, die bestehen, die eben da eine Rolle spielen oder, oder, oder auf keinen Fall machen. Das heißt, einfach das Dümmste, was man tun kann, deshalb hier Finger davon dann. Für die meisten gesunden Personen oder Patienten ist das Risiko allerdings sehr gering. Das steht in der Studie drin. Wenn man solche Dinge eben mit Verstand macht, ja, keine ganze Flasche Wodka saufen, zwei, drei Pinnchen, fertig, dann muss man eben auch ganz klar sagen, Feierabend. Und dann sollte man vielleicht eine Person gerade bei solchen Sachen mit dabei haben oder auch beim Alkohol, die halt irgendwann auch mal sagt, du pass auf, das haben wir vorher ausgemacht, du verhältst dich jetzt so und so, wir gucken vielleicht mal, wie dein Puls ist. Das würde eben dann ein Arzt oder Psychotherapeut dann kontrollieren, ja. Dann hast du eben einen Brustgurt um, deine Atmung wird kontrolliert und dann kann man eben ganz klar sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Wenn wir jetzt weitermachen, wird das Ganze eben auch gefährlich. So. Wer kann mit Ketamin behandelt werden? Ketamin kann für Patienten mit schweren Depressionen geeignet sein, die auf andere Behandlungen dann eben nicht ansprechen. Ketamin kann eben bei Depressionen eine schnelle Verbesserung eben hervorrufen, dadurch, dass es eben sehr schnell wirkt, aber auch schnell dann eben auch wieder nachlässt. Wovon hängt das ab? Und da gibt es verschiedene Varianten an Ketamin, die man tatsächlich schon nutzen kann. Und zwar ist es dann eben die Dosierung, auf die ich sehr genau achten muss. Wie gesagt, pro Kilogramm Körpergewicht, ja. Ein 150-Kilo-Mann reagiert dann eben anders als eine 50-Kilogramm-schwere Frau. Genau deshalb hat man auch, wenn man eine Operation hat, ein Gespräch mit dem Arzt, wo man solche Sachen durchgeht. Da gibt es eine Liste mit Erkrankungen, Gewicht, alle möglichen Geschichten, wie viel Anästhesie für diesen Menschen denn jetzt geeignet ist, ja. Wenn da auf dem Operationstisch eben eine 50-Kilo-Frau liegt und die bekommt genau die gleiche Injektion wie der 150-Kilo-Mensch und die Operation dauert dann vielleicht nicht so lange oder was auch immer, dann kann es sein, dass die Frau eben verstirbt, weil sie einfach vollgepumpt ist und zu viel hat. Dann setzt die Atmung aus, etc. Dementsprechend, solche Sachen sollte man immer, immer, immer vorher mit einem Fachmann absprechen. Man kann das Ganze mit Injektionen machen, Subkutan, so wurde es da zum Beispiel gemacht, also unter die Haut gespritzt. Da geht es dann relativ zügig. Nach 15-30 Minuten hast du dann eben die Wirkung, hält aber dann eben auch nur ein, zwei Stunden an, ist dann relativ schnell raus. Nasenspray geht natürlich auch sofort. Das kann man dann entsprechend bei Asthma-Anfällen, bei Depressionen und so weiter selbst natürlich dann anwenden. Nasenspray in der Hinsicht gibt es. Mundspray wäre auch Schleimhaut im Endeffekt. Also alles, was über die Schleimhäute geht. Oral kann man das Ganze natürlich auch nehmen, jetzt in der Pulverform zum Beispiel oder nasal. Aber, und da auch nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, das werde ich auch nochmal in einem anderen Video sagen, ich sehe immer die Leute, die sich Sachen durch die Nase ziehen, rennen alle zehn Minuten irgendwo in eine Disco auf ein Klo, ziehen sich die nächste Line und sonstige Geschichten und laufen dann später irgendwie mit Nasenblut durch die Gegend, haben Schnupfen oder Sonstiges. Verdammt auch mal, man macht sich durch das Nasale einfach die Nasenschleimhaut komplett kaputt. Und dadurch können Krankheiten entstehen, die Nase sieht aus wie sonst was und fängt an, du hast Nasenbluten, du machst dir einfach die Schleimhäute kaputt und dementsprechend ist das keine geile Sache. Ja, also dementsprechend nur geringe Dosierungen, wenn dann eben, würde ich jetzt persönlich sagen, je nachdem in welchem Zusammenhang man es jetzt natürlich nutzt, oral zu nehmen, mit etwas zu essen dabei, die Magensäure ist da eben schon ein bisschen breiter aufgestellt als die Nasenschleimhäute im Endeffekt und natürlich kein Dauerkonsum, keine hohen Dosierungen, wenn ihr das jeden Tag macht, ja in hohen Dosierungen, ist alles irgendwann kaputt. Guckt euch die Koksnasen an, schaut einfach mal auf YouTube, dann wisst ihr, wie das Ganze enden kann. Also die Art und Weise, wie es verabreicht wird, in welcher Menge, muss der Arzt eben entsprechend vorher abklären an einem entsprechenden Zettel, genauso wie es beinahe Anästhesie eben der Fall ist. Wie lange dauert die Behandlung mit Ketamin? Das ist natürlich abhängig von den individuellen Bedürfnissen oder Problemen, die man natürlich hat. Ja, ganz klar, ein Asthmaanfall ist was anderes als der Arzt jetzt eine langfristige Behandlung für Depressionen oder sonstige Geschichten. Bei Schmerzen ist das zum Beispiel auch eine sehr interessante Sache. Da hatte ich, kann ich mal aus eigener Erfahrung reden, ich habe durch Dummheit in den Seitenauswurf meines Rasenmähers wollte ich einfach die Klappe zumachen und bin dann mit meinem Finger hier einfach mal so reingekommen. Das tat ganz schön weh und da hat, ja, Ibuprofen hilft da eigentlich relativ wenig, ist jetzt nichts passiert, kaputt gegangen oder sonst was, der ganze Finger war blau. Ich hatte zum Glück Sicherheitshandschuhe an, ja, immer wenn man im Garten oder sonst wo arbeitet, ich habe dicke Sicherheitshandschuhe an und gleichzeitig, jetzt nicht beim Rasenmähen, aber sonst, wenn ich arbeite, immer eine Schutzbrille auf. Da hat mir dann doch meine Finger sowas gerettet. Auf jeden Fall, um nicht zu sehr abzuschleifen, kam dann jemand und hat gesagt, ey, pfuh, ich habe hier ein bisschen Ketamin-Derivat, ja, nicht originales, aber Derivat und tatsächlich, das war, da waren die Schmerzen auf einmal erstmal weg. Ich bin zum Arzt getorkelt, habe auch dem Arzt gesagt, hier, hatte vorher gegen die Schmerzen jetzt Ketamin, hat er auch gesagt, ja, wenn es hilft, ne, Ibuprofen ist da eben nicht so schnell oder so geil bei eben bestimmten Dingen. Das heißt, in bestimmten Einsatzzwecken, ja, finde ich das tatsächlich dann eben auch legitim, den Arzt zu fragen, ob er da vielleicht sowas hat oder irgendwie anders, ja. Also, dementsprechend werde ich darüber aber gerne nochmal diskutieren. Die meisten Patienten benötigen mehrere Infusionen oder eben Nasenspray-Behandlungen pro Woche, weil die das natürlich so einfacher zu Hause machen können. Das ist natürlich ganz klar. Und wenn du dir das ganze Zeug jetzt spritzt, ja, kann man natürlich auch mit der Dosierung dann falsch liegen, wenn man das selber macht, ja, und dementsprechend ist das dann zu bevorzugen. Nochmal zurück zu der Länge. Die Injektion des Nasenspray oder Mundspray, wie gesagt, das geht relativ zügig, ja, innerhalb von ein paar Minuten, je nachdem, wo ich es dann eben auch reinspritze, dauert das Ganze dann eben so, ja, ein, zwei Stunden, dann bist du auch schon wieder wach. Ja, so ein Hund, den man jetzt zur Operation dann spritzt, ja, unser Hund, der war irgendwie auch zahngezogen, ne, der hat dann erstmal so zehn Minuten gebraucht, bis er dann im Delirium lag. Und dann, ähm, war er auch nach einer Stunde oder so war er wieder voll fit. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er Ketamin gekriegt hat oder irgendwas anderes, aber das geht eben so deutlich schneller. Wenn man das durch die Nase zieht, dann geht es natürlich auch deutlich schneller, ja, dann kann es aber auch mal 20, 30 Minuten dauern, dauert ein bisschen länger und, ähm, ja, hält dann aber auch ein, zwei Stunden an. Wenn man das jetzt oral zu sich nimmt, dann ist es eben so, dass es natürlich, je nachdem, was ich im Magen habe, länger dauert, um zu wirken. Das kann eine Stunde sein, anderthalb Stunden, bis ich dann eben die volle Wirkung habe und kann dann eben sich auch noch ein bisschen länger hinziehen. Ja, das wäre zum Original-Ketamin. Ketamin-Derivate sind dann nochmal ganz andere Nummer, ganz unterschiedliche Varianten, die es da eben gibt, ähm, die auch teilweise über mehrere Stunden dann anhalten. Aber ich weiß nicht, ob ich zu solchen Sachen auf YouTube wirklich etwas sagen soll. Schreibt es gerne mal unten rein, ob ich da auch mal aufklären soll, weil ich habe im Endeffekt immer die, ähm, ja, kommt hier noch eine Folie? Nein, nein, ich habe bei solchen Sachen dann immer so die Angst, dass es eben zu viele Menschen da draußen gibt, die eben ohne Bedacht solche Sachen dann eben auch ausprobieren, sich nicht informieren, nehmen einfach irgendeine Pille aus dem Club, wissen überhaupt nicht, was drin ist. Hat man jetzt gesehen, irgendwelche zwölf-, dreizehnjährigen Mädchen sind dann umgekippt, weil sie die blaue Punisher genommen haben. Und in einigen ist dann eben zwar nur 150 Milligramm MDMA drin, aber in einer anderen, weil die halt irgendwo illegal hergestellt werden, sind dann auf einmal 450 Milligramm MDMA drin. Und dann klappst du halt mal um als 14-Jährige und dann kannst du an solchen Sachen eben versterben. Das ist das große Dilemma, was man eben bei Drogen hat, dass man sie auf der einen Seite eben tatsächlich gut und sinnvoll mit Verstand einsetzen kann. Auf der anderen Seite ist es aber viel zu viele dumme Menschen da draußen gibt, muss man so sagen, die Missbrauch betreiben. Wobei, auch hier, um das nochmal zu wiederholen, es ist bei Zigaretten und Alkohol exakt das Gleiche. Ich kann Alkohol sinnvoll einsetzen, um ein bisschen lockerer zu werden oder wie auch immer, wenn ich das möchte. Ich kann Alkohol aber auch einsetzen, um am Ende zu sterben. Wie viele Alkoholtote gibt es? Wie viele Unfälle entstehen durch Fahrten, mit Alkohol und all diese Geschichten? Wie viele Mütter schädigen ihre Kinder, weil sie während der Schwangerschaft rauchen oder Alkohol trinken? Und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn ich solche Sachen miteinander vergleiche, dann sind manche Substanzen tatsächlich eben vertretbarer für die Allgemeinbevölkerung, auch wenn sie sehr viel Schaden mit sich bringen können, als das, was wir gerade eben haben. Ja, ich bin mal gespannt, was beim Gras bei rauskommt, wie sich das dann entwickelt. Aber man könnte ja rein theoretisch, das wäre jetzt eine Aufgabe vielleicht mal für euch, mal zu gucken, wie sieht das in Holland aus? Wie viele Drogentote gibt es da? Insgesamt hat sich der Alkoholkonsum mit der Legalisierung in Anführungsstrichen verbessert? Ist das weniger geworden? Und ja, das wäre mal ein sehr interessanter Vergleich. Auch Portugal etc. Wie sieht es da aus? Kriminalität und so weiter. Gut, das war es jetzt auf jeden Fall zum Ketamin. Tut mir leid, dass ich wieder ein bisschen ausgeschweift bin. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt es gerne unten drunter. Ich persönlich kann euch hier kein Ketamin oder sonstige Sachen anbieten, weil ich die nicht hier zu Hause habe und auch nicht weiß, wo ich an Ketamin drankomme. Aber es gibt Sachen, wo wir solche Sachen testen könnten. Das zeige ich euch jetzt im nächsten Video.